WTA-Turnier in Moskau mit der Sieg in der 8. Runde des mit fast 700.000 US-Dollar dotierten Turniers setzte sich die 24-Jährige gegen Petra Madrid aus Kroatien durch. Die Bulgarien gewannen den 1. Satz mit 6 zu 1, bevor die Kroatien wegen einer Verletzung die Partie aufgeben musste. In der 2. Runde wird Zvetlana Berunkowa gegen die Siegerin aus dem Duell Svetlana Kuznetsova Alice Connens spielen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 OK. Rieprennete zwei Hotel Foxier per il K8 LWC. Il K8 RWC. Il K8 LWC. Il K8 LWC. Ich habe mir nicht gefeiert, die zwei Personen, die haben gefeiert. Ein anderer, Francesco, von der Kalabria. E... ...eine andere Stasien. Hier ist es so ein bisschen fort. ...e se le stazioni non sono sopra il 9, 5, 9, 10, faccio molta festecia. Okay, ich habe es 43, ich habe ein paar Geräte, Tiro, Tiro. Okay, okay, mal gut, okay, okay, mal gut, okay, mal gut. Okay, mal gut, okay, mal gut. 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 Okay. 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 Okay, mal gut. Okay, mal gut. Okay. Okay. Okay, okay. Okay, уже được know. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020